P6TV bei mir ist die Jacqueline und du machst dir schöne Fotos, von welchen machst du die? Für die Dorf Disco Dorf Disco, bist du heißer Fan? Ja Von wem besonders? Von Christoph Kölsch Und das ist dein Freund Yes Wir haben ja eine riesen Show heute, wahrscheinlich die größte Show ihres Lebens Bist du auch aufgeregt? Noch besser Erzähl uns, sag's uns, was kommt noch? Keine Ahnung, vielleicht mal mit 5000 Leuten oder so, das wäre schon cool Dorf Disco Projekt hat noch riesen Sachen vor Ja Kannst du auch singen? Nein Schade Meine Tochter sagt immer, Mama hör auf zu singen Die Milch wird schlecht Ja Okay, okay Wir machen die Grußbox, wen möchtest du grüßen? Ähm, ja alle, die mich kennen Und meine zwei Kinder, ganz wichtig Wie heißen die? Felix und Lea Okay, wenn der vom Fernseher jetzt sitzt, winke winke So ein Quatsch Schöne Grüße Ja gut, es kommt ja erst nächste Woche am Freitag um 18.15 Uhr Oh, bist du? Oder im Internet P6TV im Internet Auch zu gucken Und der Lasslandmenschli Genau Okay, dann viel Spaß dir noch, tschau Tschüss Ja 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 Vielen Dank.